Guten Morgen und Merry Christmas! We love you! Traditionell gibt es natürlich heute wieder ein What I Got for Christmas. Ich bin extra für aufgestanden. Vielleicht seht ihr es draußen noch dunkel, deswegen bin ich auch so weiß angestrahlt und sehe mega blass und tot aus, irgendwie ungeschminkt. Bin ich eigentlich gar nicht. Das ist ja, das sag ich eigentlich in jedem What I Got for Christmas. Ich will weder mit irgendwelchen Geschenken angeben, noch sonst irgendwas. Aber ihr wünscht euch das immer so, so sehr. Ich finde, es sind auch immer richtig coole Inspirationen dabei, vielleicht für Leute, die jetzt irgendwie noch nach Weihnachten Geburtstag haben oder am Anfang des Jahres. Also vielleicht ist ja ja was Cooles auch für euch dabei als Inspiration. Und im Endeffekt wisst ihr ja alle, glaube ich, dass es natürlich an Weihnachten nicht um die Geschenke geht, sondern einfach um eine schöne Zeit, wenn ihr mal Weihnachten feiert. Aber manche feiern das ja auch gar nicht und gucken diese Videos trotzdem gerne. Also ja, ich liebe es, das auch bei anderen zu gucken. Und ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht mit so vielen Geschenken gerechnet, aber ich würde sagen, wir starten direkt. Fangen wir direkt mal mit der ersten Sache an. Und zwar habe ich hier solche petrolfarbenen Samtkarbe bekommen. Die kann man perfekt irgendwie in ein Regal reinstellen oder ich dachte eigentlich in meinen Kleiderschrank. Also ich habe da so einen offenen Kleiderschrank, wo ich denke, das sieht eigentlich ganz cool aus. Zwei Stück bekommen. Ich habe das irgendwie gar nicht so wirklich in dem Gesicht. Noch hier seht ihr das. Genau, die sind richtig schön samtig und passen halt perfekt zu meiner petrolfarbenen Couch und auch perfekt zu meinem Sessel, den ich habe, in diesem Schaukelstuhl, falls ihr wisst, wer ich nicht meine. Ja, und ich glaube, das sieht richtig cool aus. Die sind übrigens von so einem Art Baumarktladen. Also falls ihr Interesse daran habt, der Laden heißt, glaube ich, Klaas Olsen. Also den gibt es jetzt in Hamburg ein paar Mal, aber der macht jetzt irgendwie zu im April, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob es den auch noch in, also den gibt es in verteilten Deutschland auch noch ein paar Mal. Aber ja, also falls ihr sowas sucht, ich finde die mega cool, solche Aufbauungskörbe. Und da ist auch echt Starrraum und ja, ich freue mich, das passt perfekt. Dann habe ich so ein Kinderüberraschungsei bekommen. Ich liebe diese Dinger und vor allem ist das so riesig. Da hat man dann genug Kinder-Schokolade für Filme. Ja, okay, Filme nicht, so lange hält das nicht. Aber ich finde die richtig, richtig cool. Und das ist extra für Mädchen. Ich sage jetzt, glaube ich, nicht immer von wem, oder? Ist das wichtig? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier so eine richtig süße Müsli-Schüssel bekommen von meinem Freund. Ich finde die so cool. Die ist von innen so lila pink. Und außen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hat die so einen Kussmund. Ich glaube, jetzt seht ihr das. Ist das nicht süß? Ich finde das so niedlich mit diesem Gesicht. Davon gibt es übrigens auch, glaube ich, Teller und Tassen und sowas. Und die, das ist eigentlich ganz cool, die verkaufen das, glaube ich, oft auf Weihnachtsmärkten. Aber wenn man irgendwie so eine spezielle Kombination will, also einen speziellen Gesichtsausdruck oder eine spezielle Innenfarbe, da muss man das, glaube ich, online bestellen. Und ich finde die so, so süß, na wirklich. Also mit sowas kann man mir echt eine Freude machen. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Jetzt mal Müsli daraus zu essen heute Morgen. Dann außerdem haben wir Theaterkarten geschenkt bekommen. Wir gehen am 26., also morgen Abend, ins Theater. Das können auch meine Freundin und ich von meinen Eltern bekommen. Da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Weihnachten macht. Also an den Weihnachtsfeiertagen würde mich mal interessieren. Wir haben ja nicht so eine große Familie, deswegen machen wir immer irgendwie Theater und halt ganz entspannte Sachen. Aber schreibt es mir gerne mal, ob ihr immer so einen Marathon habt. Dann müsst ihr da hin und da hin und dann feiert ihr da noch und so. Ja, dann eine richtig coole Sache. Und zwar haben wir goldenes Salatbesteck bekommen. Und ich liebe ja goldenes Besteck und so besondere Sachen. Ich habe zum Beispiel auch so einen rosé-goldenen Sparschäler und so. Ich finde, da macht es direkt viel mehr Spaß, in der Küche was zu machen. Und ja, das ist halt so ein goldenes Salatbesteck. Jetzt bin ich auf jeden Fall motiviert, im neuen Jahr für den Salat zu machen. Weiter geht's mit etwas nochmal petrolfahrendem. Und zwar diese coole Kuscheldecke. Das ist halt eine Decke fürs Sofa hier unten. Weil wir hier so petrolfarbene und champagnerfarbene Kissen haben. Und wir haben schon eine Decke, die dazu passt. Aber halt so eine schlichte Graue. Und die passt gut zum Sofa. Aber damit wir nicht immer abends teilen müssen, mein Freund und ich, haben wir jetzt so eine zweite Decke bekommen, die halt zu den anderen Kissen passt. Und ja, ist halt so ein richtig, richtig schönes Petrol. Ich weiß gar nicht. Ja, doch, jetzt kann man es eigentlich sehen. Ich finde, in der Kamera sieht das irgendwie mal viel blauer aus. Oder grüner. Das kommt immer drauf an. Aber ja, ist ein richtig, richtig schönes Petrol. Und da freue ich mich, auch wenn die jetzt hier gerade voll war, müsste ich die Lampen. Dann habe ich noch einen Gutschein bekommen für die Sauna. Das war richtig lustig. Mein Papa hat direkt geraten und meinte so, das ist bestimmt ein Gutschein für die Sauna. Und dachte ich mir so, herr, hast du das gewusst? Nö, habe ich geraten. Wer mich kennt, der weiß nicht, dass ich jetzt liebe in die Sauna zu gehen. Und es gibt hier so in der Nähe so ein, ja, Pallenbad, was halt auch so eine riesige Sauna hat. Und so eine Sauna-Welt mit so verschiedenen Saunen und so verschiedene Themen. Afrika, Asien und sowas. Und das ist richtig, richtig cool. Und eigentlich wollten wir das heute machen. Aber ich bin einfach so erkältet und so angeschlagen eigentlich, dass es dann schade wäre, wenn man das nicht so richtig nutzen kann. Ja, wir werden das auf jeden Fall nachholen. Ich freue mich. Und das ist richtig cool. Kann man richtig gut entspannen. Als nächstes eine Sache, die auch sehr praktisch ist. Und zwar haben wir eigentlich, ich sage mal wir, weil eigentlich ist das irgendwie ja für mich und meinen Freund. Und zwar haben wir ja im Badezimmer eine Kommode. Das ist, glaube ich, diese Hemmnis-Kommode. Und da sind ja eigentlich so schwarze Knöpfe dran. Und ich habe alle Knöpfe außer zwei Stück ausgetauscht mit diesen hier von Zara Home. Aber wir haben den kompletten Laden leer gekauft. Und die haben die auch in den nächsten Monaten nicht mehr nachbekommen. Und dann hätte man die online bestellen müssen. Aber dann war ich irgendwann, habe ich das mal vergessen oder war zu faul. Und seitdem fehlen da einfach zwei Knöpfe. Und ja, jetzt haben wir sie bekommen. Meine Mutter hat sie irgendwie entdeckt bei irgendeinem anderen Zara Home. Und ich freue mich so sehr darüber. Ich finde die so schön. Die sind halt so gold mit diesem Perlmutt in der Mitte. Und wir hatten schon ein bisschen Angst, dass es die bald nicht mehr gibt. Und wir dann halt irgendwie, das sieht ja total dumm aus, wenn man da zwei schwarze Knöpfe hat. Deswegen freuen wir uns sehr. Und dann werde ich die direkt anschrauben. Dann ein richtig lustiges Geschenk. Und zwar habe ich euch doch mal in meinem Geschenke-Ideen-Video diese doppelwandigen Teegläser gezeigt. Und mein Freund wusste, dass ich die so cool finde und hat mir hier noch eine geschenkt. Das Lustige daran ist aber, dass die hier unten so aussieht, als wäre es ein Kuhäuter. Seht ihr das hier unten? Diese Zitzen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Das spiegelt so, ja. Das sieht bestimmt richtig lustig aus, wenn man da einen Tee drin hat oder auch Milch oder so. Ich finde das richtig lustig. Und diese doppelwandigen Gläser sind halt mega cool, weil die so einen Thermoeffekt haben. Das heißt, man kann die Gläser von außen richtig gut anfassen. Und trotzdem hält das Getränk richtig gut heiß oder auch kalt. Ich finde, das ist auch eine richtig schöne Geschenke-Idee, weil das irgendwie total edel aussieht. Und wie gesagt, mega praktisch ist. Und ja, ich finde es cool. Ich freue mich über sowas. Ich liebe ja Tassen. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich so eine goldene Kette habe. Das ist so ein goldenes G. Und das ist eigentlich nur ein Kettenanhänger. Und dazu habe ich mir jetzt eine goldene Kette ausgesucht. Denn der Anhänger ist eigentlich von Celine. Da geht es auch eine goldene Kette zu, aber die war immer ausverkauft. Und ich habe mir jetzt hier eine goldene Kette ausgesucht, die so ein bisschen kalt kürzer ist. Und da müsste dann das goldene G perfekt hoffentlich dran passen, sodass es halt nicht mehr so tief hängt. Weil ich hatte aber nur goldene Ketten und dann ging das G so hier. Und das sah irgendwie blöd aus. Und wenn man sich im Weg knallt, ist das auch so voll dagegen, weil das ist sehr, sehr schwer. Der Anhänger. Und ja, jetzt habe ich hier eine goldene Kette. Und ich hoffe, dass das gut aussieht zusammen. Sehr sogar. Und ja, mega, mega schön. Die hat auch so einen richtig praktischen Verschluss. Das heißt, wenn man lange Nägel oder so hat, habe ich jetzt gerade nicht. Aber wenn man das hat, dann ist das praktisch, weil die kann man hier mit so einem Magneten auf und zu machen. Also richtig gut. Und die ist halt so ein bisschen steifer. Ich glaube, für das das eigentlich ganz gut ist, dann lässt das G halt gut her und nicht ständig so verrutscht. Dann von einer Freundin habe ich so ein cooles Tablett geschenkt bekommen. Das, ja, ist ein normales Tablett. Aber ich finde es mega besonders durch diese Einstandung hier drin mit Home. Und das ist so eine Glasplatte hier. Und ja, sie meinte schon, sie wusste nicht, ob ich schon sowas habe, aber sie findet, man kann von sowas zwei haben. Und wir haben tatsächlich schon Tablettes zu essen, aber natürlich nicht so ein schönes. Also das wird auf jeden Fall auch zur Deko in der Küche stehen, weil ich es so schön finde. Und dann habe ich mir natürlich noch bei Black Friday, ist schon ein bisschen her, ich weiß, bei Victoria's Secret was bestellt. Zusammen mit meiner Mama, die hat sich da auch was bestellt. Und ich habe es mir praktisch sozusagen jetzt selbst geschenkt irgendwie. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, denn sie hat es tatsächlich eingepackt. Ich finde es eigentlich cool, wenn man sich zu Weihnachten selbst verschenkt. Auf jeden Fall habe ich mir einmal so ein Fünfer-Set gekauft. Da kriegt es ja immer so Fünfer für so und so viel Dollar. Das sind so, die sehen so aus. So. So. Ich finde diesen Seamless-Schnitt richtig, richtig cool bei Victoria's Secret. Kennt ihr diesen? Das ist so ein richtig, ja, so ein richtig weicher Stoff, der halt komplett so wie Seamless ist. Also richtig cool hier mit so Schneeflocken drauf. Hier noch mit den typischen Pink-Hunden. Dann habe ich mich noch für ein BH entschieden. Das ist, glaube ich, auch mega bekannt bei Victoria's Secret. Und zwar ist der halt so schlicht rosa und hat hier an den Schultern oder also als Bänder sozusagen diese Glitzer-Schrift. Und da steht drauf, Victoria's Secret. Ja, ich glaube, hier kann man es ganz gut sehen. Ich finde das mega schön, vor allem, wenn das dann halt aus Oberteilen rausguckt. Und die haben bei Victoria's Secret davon ganz viele verschiedene Kombinationen mit Schwarz-Weiß und ja, also tausend verschiedene Varianten. Und ich liebe die BHs da wirklich. Ich trage gar nichts anderes. Ich finde die Unterbestände da richtig, richtig gut. Und man kann übrigens auch mittlerweile ziemlich gut nach Deutschland schicken. Also, falls ihr daran interessiert, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Und dann mein Highlight meiner Victoria's Secret Bestellung. Ein Bademantel. Wie süß ist der bitte? Ein rosa Bademantel. Hier hinten steht drauf Pink in Glitzer-Schrift in so rosé-goldenen Pailletten. Und hat so eine süße Kapuze. Ah! Wie cool ist der denn? Ja, also von vorne so und von hinten sieht der so aus. Ich habe es auf jeden Fall oft morgens, dass ich erst mal runtergehe und mir dann kalt wird. Und dann wäre es echt praktisch, mal ein Bademantel zu hauen. So, das war alles, was ich bekommen habe. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt, wenn ihr Weihnachten gefeiert habt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, ihr habt noch schöne Weihnachtsfeiertage. Und dann freue ich mich, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut. Da ist nämlich gerade aktuell eine riesige Verlosung. Da könnt ihr ein iPhone gewinnen, ein Nintendo Switch. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Das lohnt sich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!